Musik Herzlich Willkommen im Zurensimulator. Heute befassen wir uns mit einer neuen Strecke und zwar dem Brennitzer Linienstern, der in der Vorwoche erschienen ist und ich leider nicht zu Hause war, konnte mich auch den noch nicht runterladen, habe das erst gestern gemacht, bin aber absolut begeistert, was das Ganze anbelangt. Wir fahren die Gewitterkatastrophe, ein eindrucksvolles Szenario. So, ich habe es leider schon einmal aufgenommen, aber das Mikrofon hat wieder einmal gesponnen und daher musste ich diese Aufnahme canceln. Kann euch natürlich da schon ein bisschen etwas erzählen und bin euch schon etwas streckenkundig. So, starten wir das Ganze und bitte beachtet dieses eindrucksvolle Intro. Es ist genial. Dauert wie gewohnt ein paar Sekunden. Wurde auch von den Machern des Köblitzer Berglands gemacht, diese Strecke. Kostet in etwa 30 Euro. Und ich verlinke euch dann unten, wo ihr das genau kaufen könnt. Ja, wie gesagt, ich finde es genial. Zu diesem Pfeil hier kommen wir etwas später. Wir steigen erst einmal in den Führerstand. Hallo Kollege, rüsten Sie Ihren Zug auf, lassen Sie die Fahrgäste einsteigen und fahren los, sobald, ich glaube das soll heißen, sobald Sie den BÜ-Bahnübergang gesichert haben. Also das wären dann diese Pfeile, die wir eingangs gesehen haben. Wir müssen den Bahnübergang selbst sichern, also den Schranken runterlassen. Ich habe jetzt einmal die Fahrgäste einsteigen lassen. Wir rüsten den Steuerwagen auf, fahrt er auf vorwärts, dann brauchen wir Licht. und Okay, kein Licht. Jetzt doch Licht, alles klar. Und die Scheibenwischer werden wir brauchen. Brennitz-Nordkontakt, die Bahnübergänge 171 und 174 sollen gestört sein. Schaust du mal nach, du magst mir eine Leute hinzugeben, wenn du dran vorbei bist. Guten Tag, BÜ 171 und 174 gestört. Ich schaue mal und melde mich. Na, so war das richtig. Dankeschön. Das war vielleicht etwas schlecht zu hören. Zwei Bahnübergänge sollen gestört sein. Dazu, auf das gehe ich näher ein. Die Türen sind jetzt noch offen. Wir müssen jetzt raus in den Regen. Und zwar springen wir hier gleich durch die Scheibe. Eine andere Möglichkeit, die Hicke nicht auszustellen. Die Dame wird uns zwar etwas komisch anschauen, aber wir müssten jetzt den Bahnübergang eingeben. Beziehungsweise die Klappe haben wir schon geschafft. Okay. Mit etwas Fingerspitzengefühl, nur unter den Türen sind schon zu. Und ich sitze schon drin. Jetzt muss ich aber noch schön rein. Weil ich auch schon drin sitze, aber trotzdem. Gut, Signal ist frei. Wir könnten loslegen. Bremse lösen. Das Signal beim Bahnübergang blinkt. Diese weiße Lampe würde sie nicht blinken, und dann müssten wir vor dem Übergang anhalten und Warnsignale abgeben und könnten erst dann unsere Fahrt fortsetzen. So, schalten wir mal auf. Wir dürfen 30 fahren bei der Ausfahrt. Wie gesagt, wir befinden uns in Walderkirch, Gleis 1. Ja, ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr mich diese Strecke beeindruckt. Es ist wirklich sehr detailgetreu. Es sind viele kleine Szenen eingebaut. Man muss sie wirklich einige Mal fahren, um wirklich diese ganzen Details hier wahrnehmen zu können. So, wir können auf 90 beschleunigen. Hier zum Beispiel der ganze Müll, der hier liegt. Und so, das ist mir beim ersten Mal noch nicht aufgefallen. Wir werden uns die Führerstandsbeleuchtung einschalten. Auch hier blinkt der Übergang. Und es schüttet. Der nächste Übergang ist auch gesichert. Bei dem Wetter, denke ich, ist es legitim, wenn wir hier, auch wenn es manchmal zu viele Warnsignale abgeben, Ankündigung für 60 kmh. Was für ein Gewitter. Ich glaube, das wird hier sein, mit diesen Warnübergängen. Sind wir froh, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, wenn es auch nur ein Warnedach ist. Die Sicht ist momentan sehr schlecht. Aber wenn ihr, wenn ihr euch diese Strecke kauft und fährt dieses Szenario durch, seht ihr, wie detailreich dieses Ganze wirklich gemacht ist. Hut ab vor den Entwicklern. Alle Achtung, echt toll gemacht. Das nächste Signal zeigt freie Fahrt. Ja, die Wischer kommen auch kaum nach. Ich weiß nicht, gibt es ja jetzt... Nein, gibt nur ein- und ausschalten. Keine Schnellwischstufe. Neues Wort davon. Schnellwischstufe. Ja, hier sehen wir kein blinkendes weißes Licht. Das heißt, wir müssen unseren Zug anhalten. Ja, ich wiederhole 171 und 174, ebenfalls gestört. Richtig. Danke. So, ich weiß jetzt zum Beispiel... Der nächste Übergang müsste jetzt da vorne kommen. Ja, ich finde das spannend, dass man auch solche Szenarien machen kann. Und nicht nur welche, dass man nur so hin und her fährt. Und ja, ist ja auch schön. Aber hier ist natürlich das Tolle, dass man ein bisschen gefordert wird. Und das Adrenalin etwas mehr hochfährt, wie bei den normalen Szenarien. So, ich glaube, da vorne ist dieser Übergang. Ja. Da habe ich extra die Hut eingeschaltet lassen, weil ich noch nicht so sattelfest bin auf dieser Strecke. So, wir rollen darauf zu. Müssen anhalten, das ist Vorschrift. Wir beobachten uns ein Mann mit einem Regenschirm. Wir kommen noch ein Stück nach vor. Da wird uns die Autofahrer auch wahrnehmen. Das ist recht fürs Erste. Einmal noch vor der Abfahrt. Und los geht's. Richtung Walderkirch. 500 Meter. Entschuldigung. Macht echt Spaß. Muss ich sagen. Fahrstufe 7 ist vielleicht etwas zu heavy. Der beschleunigt nämlich sehr schnell. Ich muss dazu sagen, diese Doppelstockwagen und die Lokomotiven der Baureihe 111 sind da mit dabei bei dieser Strecke. Allerdings handelt es sich dabei um abgespeckte Versionen. Zum Beispiel AFB fehlt hier. Auch die Möglichkeit der Türsteuerung fehlt. Trotzdem sind sie eigentlich sehr schön zu fahren. Außerdem könnt ihr ja in den Szenarien die Fahrzeuge austauschen. Es gibt dazu sicher einige Videos auf YouTube. Funktioniert eigentlich ganz einfach. Ist nicht so schwer. Vielleicht mache ich ein Video. Schreibt es mir rein, wenn ihr Interesse habt. Aha, auch hier. Das hat man es bald übersehen. Okay, passiert jetzt nichts. Glück gehabt. Sauwetter da draußen. So, wir schauen, dass wir unseren Zug zu stehen bringen. Es blitzt und tonert. So, Fahrgäste ein und aussteigen lassen. Etwas Radschlupf war auch dabei, aber war nicht der Rede wert. So, wir können uns kurz einen Blick auf die Gegend warten. Wie gesagt, die 111 ist dabei. Und jetzt kommt der Name. So, wir sind hier in der Stadt. So, wir sind in der Stadt. Hier in der Stadt. Hier in der Stadt. Hier in der Stadt. haben. Der nächste Stopp wäre in Waldheim St. Hubertus. Auch hier eine alte Waschmaschine im Gleis. Echt viele Details hier eingebaut. Also ich kenne preislich gleichwertige Strecken von Mitbewerbern, die weit nicht so detailreich sind und auch nicht so schön zu fahren. Trotzdem, wir sind zufrieden mit dem was wir haben, aber der Linienstern, Brennitzer Linienstern, verplappern wieder schon wieder, ich bin schon wieder etwas zu schnell, der Linienstern und auch das Köblitzer Bergband. Das ist schon, ich sag mal, eine Stufe höher. Und von den 30 Euro finde ich jeden Cent wert. So, der nächste Übergang ist auch gesichert. Alles klar. Da. Dann wieder ein bisschen, bisschen reinigen. Etwas das Leistung aufschalten. Hier diese Symbole, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung, wofür die dienen. Da bin ich mal etwas zu flott. Hier dürfte es etwas abschüssig sein. Und da habe ich schon wieder mal nicht auf das Tempo geschaut. Und da habe ich schon wieder mal nicht auf das Tempo geschaut. Ja, wie gesagt, diese Linie besteht oder diese Strecke besteht in Sternform. Es ist dabei inkludiert eine Schnellfahrstrecke. Eben diese Strecke besteht in Sternform. Es ist dabei inkludiert diese Strecke durch den Wald und auch ein zweigleisiger Streckenteil für normale Züge. Ich finde, jeder Teil ist sehenswert für sich. Wie gesagt, sehr detailreich. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich bekomme dafür nichts bezahlt, auch nicht von den Entwicklern. Ich würde mich auch freuen, aber wenn ihr einen Daumen hoch habt für mich, das ist auch eine Anerkennung für die Mühe. Weil ich mache das jetzt schon zum zweiten Mal wegen Mikrofonproblemen irgendwie mit diesem Windows 11 und dem Mikrofon, das dürfte sich nicht sehr gut vertragen. So, zwei Kilometer, gute zwei Kilometer noch bis Waldheim. Und wenn das zutrifft, was ich vorher erlebt habe, am ersten Mal bei Donner, dann erwartet uns noch eine Überraschung. Aber ich verrate jetzt nichts. So, werfe meine Blick durchs Fenster. Auch hier dieses Fabriksgebäude, wirklich schön gemacht. Wir halten Hallen. So, wir dürfen jetzt 100 fahren. Aber ich glaube, das ist nicht nur sehr lange. Wieder rein. Ja, genau. So, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist fein mit 40 halt erwarten. Ich bin mit den deutschen Signalen eigentlich nicht so bewandert als Österreicher. Aber das Wichtigste sollte man schon kennen. Der Himmel wird immer grauer und düsterer. Jetzt holen wir halt mit 40 auf den nächsten Bahnhof zu. Betriebsgefahr. Alle Züge zwischen Waldheim und Radwald sofort anhalten. Ich wiederhole Betriebsgefahr. Alle Züge zwischen Waldheim und Radwald sofort anhalten. Halten hier fahrt ins Leitlin-Brennitz-Nord. Ja, ihr habt gehört, Betriebsgefahr sofort anhalten. Was ich jetzt nicht wollte, eine Notbremsung einleiten, das war etwas zu heftig, aber normalerweise eine rasche Betriebsbremsung. Zug 58 212 in Kilometer 23 2 zum Halten gekommen, gesandet bis zum Stillstand. Ich wiederhole Zug 58 212 in 23 2 zum Halten gekommen, gesandet bis Stillstand. Richtig. Ich melde mich, sobald ich was weiß. Alles klar. So, wir stehen und warten. Wie gesagt, normalerweise eine rasche Betriebsbremsung eventuell mit Sand unterlegt. Da ja, wie wir sehen, jetzt schätze mal 200, 250 Meter vor uns keine unmittelbare Gefahr da ist. 58 212. Also, ein LKW ist wohl auf einem WÜ liegen geblieben und steht erstmal. Die Polizei soll wohl schon unterwegs sein. Bis zur Freigabe stehen wir dann also erstmal. Ein LKW. Na super. Wir stehen erstmal. Danke. Ich gebe dann Bescheid, sobald es weitergehen kann. Alles klar. Sehr geehrte Fahrgäste. Aufgrund eines liegen gebliebenen LKWs mussten wir anhalten. Die Polizei klärt die Situation und für uns besteht keine Gefahr. Es kann aber eine Weile dauern. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Jetzt heißt es bitte warten. Wir können uns hier ein bisschen umsehen. Auch hier wieder die Felder, die Wiese, alles sehr detail gedrückt. Ich glaube. Wie gesagt, die Doppelstock waren in der abgespeckten Version. Ich sehe auch hier keine Seriennummer. Hinten dran haben wir die DB111, 153-3. auch die Lok ist eine abgespeckte Version. Keine AFB. Aber ich finde es trotzdem schön und sie sind beide. Also Steuerwagen und auch die Lok eigentlich recht schön zu fahren. Ja und wenn ihr wollt, schreibt es unten rein. Ich habe es schon gesagt. Jetzt kann ich euch ein Video machen, wie man in einem Szenario die Fahrzeuge tauscht. Ohne eigentlich den Ablauf zu verändern vom Szenario. Der Himmel lichtet sich auch etwas. Naja, jetzt heißt es bitte warten. Ja, hier auch der AFB Schalter fehlt hier. Wie gesagt, ihr seht hier, hier wäre einmal die AFB. Ich finde es schade. Es wäre schön, wenn wir hier AFB hätten. Okay, das geht auch nicht weiter vor der Richtungswender. Und auch hier bei den Türen. Ich glaube das sind diese Türsteuerungen. Nein, das ist 0, 1, 2, keine Ahnung. Zugbeleuchtung. Das lässt sich auch nicht regeln. Hier 58212. Ja, die Polizei hat dann die Freigabe erteilt. Der 58212 darf dann weiterfahren. Ich wiederhole. Zug 58212 darf weiterfahren. Ja, so war das dann richtig. Wunderbar, auf geht's. Bis zum nächsten Bahnhof. Ja, durchaus Szenarien mit Spannung hier. Ich muss zugeben, durch das, dass ich das Video schon einmal gemacht habe, leider Gottes erfolglos wusste ich, was hier auf uns zukommt. Das erste Mal war ich total überrascht. Ich habe sowas in einem Szenario, Opsala, noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, das geht sich jetzt aus. Wir sind nicht zu weit. Ja, für die Ausfahrtbahn ins Nord müssten wir dann einen Befehl schreiben. Wir schreiben einen Befehl. Einen Moment. Standort Signal 404 Nordpol 1 im Gleis 1 Waldheim. Also, dann wollen wir mal. Ich wiederhole. Ich wiederhole. Ja, das wäre dann soweit richtig gezeichnet. Schmidt im Auftrag Müller. Radwald am 15.07.2018 um 16.06 Uhr. Dein Name ist Müller, meiner ist Schmidt. Radwald am 15.07.2018 um 16.06 Uhr. Ja, das war dann alles richtig. Gut, ich werde jetzt auch nichts zutreffendes streichen, das heißt nichts anderes. Wir dürfen zum Bahnübergang vorfahren und müssen warten, bis dieser dann vollständig gesichert ist. Und da vorne sehen wir schon die blauen Lichter und diesen Lkw, um den es sich hier dreht. Also auch nicht zu schnell, wir sollen ihn ja nicht wegschieben. Und dann gehen wir wieder mit ihm an! hähem! Soll es sein? Soll es sich hier dann weiter? Wir haben das wiederpfach! Wir endlich was見st medios privator loyal. Soll es die Bautosospel hier zu!" Wir Author? Eishersteller. Ja, das ist ja das Richtige bei dem starken Regen. Der Sicherungsposten schaut auf die Uhr, aber ich denke, jetzt ist alles frei. Wir fahren raus, geben wir sicherheitshalber noch Warnsignale ab. Ja, wir sind gegenüber der Schanken geschlossen, nur auf unserer Seite ist er noch offen. Wunderbar, weiter geht es Richtung Radwald Gleis 2. Ausfahrt mit 40 kmh. Der Regen hat auch etwas nachgelassen. Schauen wir mal, ob wir die Wischer ausschalten können und die frische Natur hier genießen. Ups, wir sind schon wieder zu schnell. Ja, dürfen wir aber jetzt auf Wunder drauf. Das werden wir jetzt ausnutzen. Hier vorne seht ihr die Fahrstufenanzeige. Wir sind jetzt im Aufschalten-Modus. Natürlich wieder einmal zu schnell. Und die E-Bremse schwer zu ergattern. Aber 2-3 kmh werden uns nicht hier unbedingt aus den Schienen werfen. Trotzdem sollte man sich natürlich in der Regel an diese vorgegebenen Geschwindigkeiten halten. Ja, es sind ja alle Fahrzeuge mit Fahrtenschreibern ausgestattet, wo das aufgezeichnet wird. Kann auch sein, dass das vielleicht Stichprogmatik überprüft wird. Ja. Auch hier gesichert, wir müssen die E-Bremse runter auf 80. Eigenartigerweise jetzt geht es wieder. Die E-Bremse. Manchmal habe ich ein Problem mit dem Anfassen dieser E-Bremse. Das ist ein bestimmter Punkt. Wenn man den nicht erwischt, klickt man ins Leere. So 3,3 km bis Radwald. Echt schön gemacht. Diese Kohlehaufen, dieses Fabriksgelände. So. Wir können etwas beschleunigen. Manchmal spielt auch der Fahrheber. So. Wir müssen nicht so mit, wie es sein sollte. Die Bremse ist definitiv gelöst. Ok, wir müssen hier runter auf 60. Also brauchen wir da nicht großartig beschleunigen. Wäre schade um die Energie. Auch hier der Übergang gesichert, wie man an diesem Blinklicht sieht. Ja. 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 So. Ja. 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 Und der Regen hat nachgelassen, der Himmel lichtet sich schon wieder. Oh, Verkehrskontrolle. Wahnsinn, immer so kleine versteckte Szenen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich glaube, da muss man ein paar Mal diese Strecke fahren, um diese ganzen kleinen lebendigen Szenen zu entdecken. So, Bahnhof Radwald, 80, okay. Warum es hier bei etwa 30 kmh immer piepst, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nämlich auch nicht, aber ich glaube, ob das nicht mit den Türen zusammenhängt, Haltewunsch oder so, na, dann müsste das auch aufleuchten, da das Rämpchen Haltewunsch. So, wir lassen die Fahrgäste aus- und einsteigen. Jetzt ist mir klar, die Türen sind geöffnet, okay, das ist mir klar. Ja, aber schauen wir mal raus. Hier Verschubarbeiten am Industriegleis. Und das Signal ist noch auf Halt. Ja, es hilft nichts. Ja, Zugschäfte kannst du pfeifen, solange du willst. Das Signal ist auf Halt. Wunderschöne alte Kirche mit einem kleinen Friedhof. So, wir steigen wieder mal ein. Und schauen, was jetzt auf uns zukommt. Ich vermute mal ein Gegenzug. Also ich vermute nicht, ich weiß es. Und man sieht ihn schon in weiter Ferne. Und wenn er dann auf seinem vorgesehenen Gleis ist, dann wird für uns auch das Signal wieder frei. Auch eine 111 mit Doppelstockwagen. Ja, das Signal stellt sich um auf Frene. Und wir fahren los. Jetzt bin ich in die Fahrraste gegangen. Nein, auf der Fahrstufe 10. Das heißt, der Zug bleibt jetzt auf Fahrstufe 10. Würde ich weiter nach vorne gehen, würde er weiter aufschalten, und wenn ich den Hebel zurückziehe, dann schaltet er runter. Was wir auch jetzt machen, damit wir nicht zu schnell werden. Ganz leicht regnet es noch. Die armen Kühe, die müssen durchs Nest sein. Gibt es ja nur mehr kalte Milch am Abend, der Morgen. So, wir dürfen rauf auf 100 beschleunigen, auch hier der Übergang gesichert und eine ganze Autokolonne wartet schon. Nächste Halt wäre in Martinsheim, Gleis 2 in 5,3 Kilometer, ob es wieder etwas zu flott ist. Ja, dieser Brennitzer Linienstern hat auch eine Schnellfahrstrecke, wo ihr richtig einmal Stoff geben könnt, dann diese eingleisige Strecke durch den Wald, genauso wie städtische Charaktere. Also wir kommen dann, bevor wir unsere Endstelle erreichen, kommen wir auf die Hauptstrecke. Ich finde, es ist alles irgendwie hier verbaut und verarbeitet, ruhigere Strecken, schnellere Strecken, wahnsinnig viel Gegend, städtisch, Wald, Felder, alles drum und dran. Wie gesagt, ich finde es jeden Cent wert, den ihr dafür anlegt. Die Kollegen haben sich sehr viel Mühe gegeben. Hier die Abholzung, toll gemacht mit diesen Baumstummeln. So, wir sind jetzt zu langsam. Wo wir zuerst zu schnell waren, sind wir jetzt zu langsam. Nächster Halt, Martinsheim, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich verstehe nicht, warum man jetzt nicht aufschaltet. Bremse sind lose, ja. Jetzt braucht immer ein bisschen Zeit, muss man immer ein bisschen überreden. So, das war immer ein bisschen dran. So, ich hoffe, wir gehen jetzt. So, ich hoffe, was wir zuerst und holen, was ich gerade noch mal? Also, das war das Wörter, der Schott Reich melodrag, das Projekt dr Pis包, was wir jetzt wahrscheinlich haben. Cool. So, da ist das Wörter, der Schottienst geführt, was wir jetzt gerne machen. Oh, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt. So, da wäre es gar nicht eingelie bar? So, da wäre es gar nicht eingelie bar. Du hast es gar nicht gewiss. So, das war nicht eingelie wie gesagt. So, wir nähern uns Martinsheim, hier haben wir auch, alles klar, auf 60 müssen wir runter bei der Ausfahrt, also das Einfahrsignal ist frei, aber wir müssen dann runter auf 60, was wir hier auch schön sehen können. Wunderschön gemacht, Kollege vom Verschub guckt auf die Uhr, ich glaube der hat bald Dienstschluss, 16.24, könnte durchaus sein. Ja, was Neues, es beginnt wieder zu regnen, Fahrgastwechsel, ich hoffe wir sind nicht da zu weit raus, was über das Dienstschluss, nein das passt sehr schön, müssten aber die Türen offen sein oder, ich hab ja, gut aus dem ersten Wagen steckt niemand aus, aus dem Steuerwagen. unsere Ausfahrt mit 16 kmh ist auch schon da. können die Bremse etwas lösen, die Türen gehen zu. So, los geht's, Brenitz Nord ist der nächste Stopp. ... 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 super zuerst etwas schnellere hauptstrecke dann geht es weiter mit einer kleinen nebenbahn ganz ganz toll gemacht auch ich hoffe nur dass dieses video vom mikrofon ja auch passt ich habe jetzt eine weile herum experimentiert mit den einstellungen es ist halt mühsam da setzt man sich über eine stunde hin und dann hat das dann nicht hin das ist wunderschöner regenbogen soll auch abrenken vom tachometer brennitz flughafen gibt es übrigens auch weil ich gerade den flieger hier sehe der liegt unterirdisch man sieht aber die flugzeuge hat den tower alles also echt toll gemacht wirklich ich sehe hier keine fehler ich habe unmerksam ein video von einer strecke eines anderen strecken erbauers gesehen also diese felder das ist alles ein block das ist hingeklatscht lieblos ja ich weiß ich können sie nicht da wollen sie nicht aber wenn ich das hier sehe jeder einzelne halm es ist so real dass man sich dass man glaubt man ist hier wirklich auf dieser strecke unterwegs so was bringt hier 50 ich glaube das ist die abzweigung jetzt auf die hauptstrecke der charakter der häuser wird schon etwas städtischer da hinten wird eine siedlung gebaut auch ein flugzeug da oben wahnsinn so toll gemacht und was mich wundert es ist spielbar es ruggelt nicht so jetzt ist die frage 50 oder 60 ich glaube 50 50 hat gewonnen und wir haben richtig geraten ja das ist die abzweigung hierzu da oben glaube ich über die brücke geht es zur schnell fahrstrecke oder da nach rechts von rechts ihr seht da hinten den IC wir werden jetzt die e-bremse auf zug nehmen damit wir nicht zu schnell in den dhundel einrauschen aber hier dürfen wir ja ohnehin schon wieder 100 fahren nicht zu schnell in den dhundelden aber hier haben wir nicht zu schnell in den dhundelden nur noch ein paar Ja, das ist, weil wir hier einmünden in das Hauptgräs, die 60. Jetzt wird eine Ankündigung für 100. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch hier wunderschön verarbeitet, diese Tunnel, 1A muss ich sagen. Ja, dieses Signal dürfte, ich glaube, für dieses Gleis gelten, weil wir haben da oben eines mit Freierfahrt. Ja, ihr seht, es wird schon etwas städtischer. Ja, da geht auch ein Ast runter, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Gefallen. Heit, ja, warte. Danke schön. Das Hauptsignal ist etwas weiter noch entfernt. Wie gesagt, das Hauptsignal ist da vorne und zeigt halt. Jetzt nicht mehr. Es könnte sein, dass der runter geht zum Flughafen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Geschwindigkeit. Von Verspätung wird dieser Zug heute in Brennitz-Nord enden. Auf dem Bahnsteig gegenüber können Sie Ihre Weiterreise in der wartenden Regionalbahn nach Brennitz-Hauptbahnhof über Brennitz-Dürrenhof antreten. Wir danken für Ihr Verständnis. Was ich sagen wollte, ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Übertretungen heute. Wie gesagt, ich bin mit der Strecke noch nicht so vertraut und durch diese wunderbare Ausführung der Strecke total abgelenkt von den vielen, vielen Sachen, die es hier zu sehen gibt. Ah, hier der Gleisbau, Wahnsinn, echt toll. Ja, unten folgt der Link dann unter dem Video, wo ihr die Strecke erwerben könnt. Und wie gesagt, ich habe nichts davon. Ich mache das eigentlich quasi ehrenamtlich. Trotzdem macht es mir sehr Spaß. So, und wir sind schon in Brennitz-Nord. Der Folgezug steht auch schon da. So, wenn wir auf gleicher Höhe stehen bleiben haben, brauchen die Fahrgäste nicht so weit nach vorne, dann auch hinten zu gehen beim Umsteigen. Jene, die halt umsteigen wollen. Zürrenhof. Ja, Brennitz-Nord, Endstation. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Danke fürs Mitfahren. Danke, eventuell auch für einen Daumen nach oben. Wie gesagt, Link zum Brennitzer Linienstern gibt es dann unten im Video. Kommentare sind natürlich wie immer erwünscht. Fragen, Anregungen, gerne. Das war es für heute. Ich verabschiede mich, euer Robterin Robert aus Wien. Liebe Grüße. E уверen, es war es für heute. Wie gesagt, es war es für heute. Wie gesagt, es war aber auch für heute. Vielen Dank.